Du musst das Tor und das Teile draufkriegen. Durch die Beine! Er lässt ihn abklatschen und dann wird er reingehauen. Nichts abklatschen, er macht jetzt den Winkel rein und er schießt den Tor durch die Beine. So, Achtung! Hoooooooooh! Warte, jetzt warte. Hallo, du wachst viel näher am Strafraum! Ah, das ist... und? Schiri, mach dir auch, geht auch! Aufkommen, haut auf! Warte, jetzt warte. Hoooooooooooh! WIJ! WOOOOOOOH! WIJ! 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 Naja, bundududududududududududududududududududududududududududududududududududur Wie geil! Dummets alle! Bewertung! Achtung jetzt Leute! Zwei! Mit war! Zwei! Ja, 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 ja.